Wir sind die erste Intifada, wir sind die zweite Intifada und wir werden auch die dritte Intifada sein. Die Massaker, die in der Nakba an der arabischen Bevölkerung verübt wurden, waren und sind bis heute Staatsräson Israels. There is only one solution! Intifada Revolution! Menschen in Israel versuchen eine Demokratie zu retten, die es nie gab. Denn es sind 75 Jahre andauernd militärische Besatzung, die die Grundrechte von Demokratie und Freiheit mit Füßen treten und nie auch nur ein bisschen geachtet wurden. Dass die Wut und die Reaktion und auch der bewaffnete Widerstand der PalästinenserInnen gegen all diese systematischen Morde und Vertreibungen nicht gleichzusetzen ist mit dem, was die israelische Stadt verübt. Wie fühlt es sich an, auf der Seite des Zionismus zu stehen, also auf der Seite von rassistischer Unterdrückung? Wie fühlt es sich an für dich? Ja, für mich! Wie fühlt es sich an, auf der Seite von rassistischer Unterdrückung, auf der Seite von Apartheid zu stehen? Wie fühlt es sich an? Wie kannst du in der Nacht schlafen, während du weißt, dass du für rassistische Unterdrückung kämpfst? Hey! Beut Gott, Israel! Beut Gott, Israel! Beut Gott, Israel! Beut Gott, Israel! Teile der Demo werden gekesselt. Wir wurden vor die Wahl gestellt, ob wir diese Teile ausschließen oder die Versammlung beenden. Wir werden uns nicht spalten lassen. Wir werden keine Teile der Palästina-Bewegung ausschließen. Und deswegen werden wir diese Demonstration auf Reaktion auf die Polizeigewalt auflösen.